Leute, wir werden heute in StumbleGuys gegen Abonnenten spielen. Wir machen heute verschiedene Eins gegen Eins. Und ich sag euch, wir haben den ein oder anderen Pro in StumbleGuys gefunden. Bleibt bis zum Ende dran, es wird sich lohnen für euch. Okay Leute, es geht los gegen Henry. Also Henry, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin elf. Elf, nice, nice. Hast du auch Schulferien, oder? Ja, also ab Donnerstag. Na nice, dann bist du wahrscheinlich Baden-Württemberg oder München. Ja, bin ich. Oder halt Dinger, okay. Let's go, okay. Jetzt konzentrieren, Henry. Gib dein Bestes hier. Ich versuch dich auch nicht abzulenken. Oh, alle machen hier auf safe, ne? Alle machen hier auf safe. Alter, Alter. Alle machen auf safe. Okay, oha, Alter. Was ist denn hier los? Ey, die chillen hier alle. Okay, ich versuch mal den anderen Weg. Henry, komm rüber, andere Weg ist besser. Ja, ja, ja. Boah, Henry, du hast auch einen coolen Skin, ne? Mit der Gasmaske. Den habe ich glücklicherweise aus dem Free Spin bekommen. Boah, das ist doch ein epischer, ne? Legendär. Ach, sogar legendär ist der. Nein, der gleiche Fehler von gerade eben ist mir passiert. Obwohl ich gesprungen bin. Ey, will mich Stumblegeist verarschen. Ey, Leute, schon wieder ist mir das passiert. Junge, Junge, okay, aber wir sind noch durch. Boah, ich glaube, gegen dich muss ich mich echt hier anstrengen, ey. Bist du gut durchgekommen? Ja, ich bin gut durchgekommen. Okay, nächste Runde. Oh, Jungle Roll. Ja, die Map ist schwierig für mich. Kann die auch nicht so gut. Ja. So. Das Gute ist, Leute, in der privaten Lobby sind immer ein paar Bots drin, ey. Deswegen ist es sozusagen ein Eins gegen Eins eigentlich. Guck, ihr seht ja, ich und Henry sind ganz weit vorne. Also theoretisch läuft es immer so weit, dass wir im Finale sind. Oh, nice. Stellt euch vor, ich würde jetzt Henry boxen, Leute. Wie assi das wäre. Mach ich natürlich nicht. Oh, nein. Nein, ich habe den Checkpoint nicht bekommen. Egal, ich komme trotzdem durch. Boah, der Henry. Leute, der Henry hat den Checkpoint bekommen. Aber du bist ja nicht mal runtergefallen, ne? Nee. Digga. Ich bin auf dich gesprungen. Ah, du bist auf mich. Nee, der Typ, der Henry, der... Der holt mich, glaube ich, Leute. Ah, ich bin jetzt durch die Mitte hier. Okay, okay. Jetzt kommen wir ins Finale. Was ist dein Lieblingsfinale, Henry? Was würdest du dir wünschen im Finale? Lavaland. Lavaland, ich auch. Und Lasertracer, finde ich geil. Ja, Lasertracer ist auch in Ordnung. Leute, falls ihr neu auf dem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da. Und jetzt sind wir im Finale. Oh, mein Gott. Hast du... Lavaland. Okay, jetzt konzentrieren. Das wird ein krankes Finale jetzt, Leute. Henry hat predicted. Okay, okay. Ich mache auch ohne boxen, ne? Nicht, dass du denkst, ich boxe dich um oder so. Ja, ja. Okay, konzentrieren hier. Da vorne. Ich habe gerade Erdbeeren gegessen, Leute. Meine Freundin hat mir ein paar Erdbeeren gemacht und so. Weiss, bisschen. Smacken, snacken. Oh, mein Gott. Ich bin voll aufgeregt gerade. Warum? Ich bin aber auch aufgeregt. Das glaube ich dir. Oh, Gott. Ich glaube, das wird ein krankes Finale. Oh, mein Gott. Fünf sind schon rausgeflogen. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich dachte, ich wäre gerade runtergefallen. Oh, mein Gott. Hatte ich gerade schweißi. Okay, so langsam kommen, glaube ich, diese krassen Dinger. Geh mal hier hoch. Junge, was ist das? Nein. Nein. Bist du raus, Henry? Ja. Oh, schade, Junge. Du hast richtig krank gespielt. Ich war kurz davor raus. Alter, Leute. Wie krank war das? Oh, mein Gott, wie krank das war. Okay, Henry. Jetzt machen wir es so. Du darfst nochmal dabei sein. Aber ich hole nochmal einen zusätzlichen rein. Okay? Okay. Ey, richtig krank gespielt am Ende, Leute. Ihr habt ja gerade gesehen. Ich bin fast rausgeflogen. Und Henry ist mit Unglück draußen. Okay, also. Wie ist dein richtiger Name, wenn ich fragen darf? Oder wenn du uns sagen willst? Sahir. Sahir, okay. Also, Sahir und Henry, Leute. Gucken wir mal. Beide nochmal eine Chance hier, gegen mich zu spielen. Seid ihr ready, Jungs? Ja. Ja. Okay, okay, okay. Wie alt bist du, Sahir? Sahir, ne? Ja, ich bin 13, ich bin 14. Nice. Auch bestimmt Ferien schon am Start und so, ne? Ja, übermorgen. Nice, Mann. Okay, also, Leute. Konzentrieren. Jetzt geht's ab, alle. Let's go, ey, Leute. Wir wollen auf jeden Fall nicht verlieren. Das sind bestimmt so die ein oder anderen Pros hier. Oh, Henry ist vorne. Sahir auch. Auch ein nicer Skin, Sahir. Das ist aber ein epischer, gell? Den du hast, oder? Ja, das ist episch. Ja, der ist nice. Feier ich. Boah, Digga, wir sind alle drei einfach richtig weit vorne. Gut, man muss auch sagen, da sind ja auch ein paar Bots drinne hier, Leute. Bei den Runden. Alter, aber es hat beide richtig gut durch. Junge, Junge. Nein. Okay, okay. Henry hat's geschafft. Dann sind wir auch gleich oben. Ey, Junge. Der kleine Junge. Okay, okay, okay. Nice, okay, wir sind auch durch. Ah ja, ihr seid voll die Schwitzer. Ich hab jetzt richtig Schüsse verliert. Scheiße, ey. Sahir, bist du gut? Nee, ja. Geht so. Okay. Zockst du auch auf Handy? Äh, nee, ich zock auf PC mit Controller. Auch Controller PC, finde ich am besten. Nice. Und was ist eure Lieblings-Map eigentlich in StumbleGuys? Meine ist diese Minecraft, also diese Block, der ich da so wie das heißt. Ah, und deine, Henry? Äh, Laser Tracer. Laser Tracer. Ja, meins ist auch Laser Tracer. Ja, hat man, merkt man, wenn man deine Videos schaut. Ja, ja, Ehrenmann. Nächste Runde. Ich glaub, in sechs bis sieben Tagen kommt auch schon der neue StumblePass. Da bin ich mal gespannt, wie der ist. Oh. Okay, das ist easy. Pivot Push ist easy. Ich kann auch manchmal nicht failen. Ja. Junge, hau da ab, Junge. Ihr wisst auf jeden Fall, wie man spielt. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Komm, 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 komm. Nice. Boah, wer wird Erster von uns? Leute, das ist ja schon so spannend schon, wer mal Erster wird. Oh Gott. Oh. Nein, ich wurde runtergeschubt. Egal, egal. Du kommst trotzdem safe weiter, glaube ich. Okay. Direkt hinter Sahir. Henry kommt jetzt auch durch. Und da ist auch schon der Henry, guck. Jungs, Finale. Seid ihr ready? Ja. Habt ihr Schiss ein bisschen, oder? Geht so. Geht so. Bisschen Schiss auch schon, gell, du kleine. Weiter ein bisschen Schiss. Aber ich hab auch Schiss. Bitte gutes Spiel, nicht irgendwas mit Rennen oder so. Komm, Laser Tracer, Leute. Nein, ich hatte es nicht. Oh nein. Könnt ihr das? Nein. Bro, ich auch nicht. Okay. Ich probier's. Oh Leute, ey. Genau das. Was ich nicht so gut kann. Oh nein, ey. Super Slide, Leute. Der sagt, der kann das nicht. Der macht schon diese Tricks, der Junge. Nein, ich hab verkackt. Das ist Ciao. Ich hab verkackt. Das war's. Das war's, glaub ich. Nein, ich bin runtergegangen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich auch. Ja. Ja, ich auch. Ja. Nein, der hat gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Nein. Nein, der hat gewonnen. Henry. 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 Henry, GG, Digga. Henry hat das Erste gewonnen. GG. GG, Leute. Richtig stark gespielt, Henry. Henry, vielen Dank. Richtig krass gespielt am Ende, Digga. Glückwunsch. Stark, stark. Danke. Ja, der Zahir hat uns abgezogen, gell. Der hat schon zweimal verloren. Ah. Genau das, was ich nicht kann, Leute. Okay, wir holen den Nächsten rein. Leute, Eli, Elias war derjenige, wo wir vor ein paar Tagen Custom Games gespielt haben. Der hat drei Runden, glaub ich, gewonnen. Alter. Ey, Zahir, pass auf, gell. Du bist ein kleiner Pro, der Typ. Ich hab Angst. Ich hab auch Schiss. Mach keinen Scheiß, Eli. Egal, ich nimm euch auseinander jetzt. Aber ohne Emote, oder? Ja, ohne Emote. Ohne Emote. Also steht eins für mich, eins für Henry. Und jetzt bestimmt, aber egal, wir strengen uns an, Leute. Kriegt man irgendwas, wenn man gewinnt? Du kriegst ein Ding. Kriegst einen Schlüsselanhänger. Nein, Spaß. Nein. Darfst dann einfach Customs mitmachen. Ich kann ja nicht wie ein Fortnite irgendwie was aus dem Itemshop oder so geben, weißt du? Einfach so. Hast bisschen Ehre und Respekt vom Stream. Der, guck dir den Schwitzer an, ey. Wanderbär hast du heute. Ja, ja. Ey, so eine Verarsche wieder. Guck. Immer, wenn ich irgendwo draufgehe. Ja, manchmal. Es geht. Alles gut. Okay. GG, 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 GG. Sah hier auch direkt hinter uns, Leute. Das wird eine kranke Runde jetzt, glaube ich. Was ist dein Lieblingsspiel, Elias? Ich hoffe, Lavaland. Ja, Lavaland. Oder das mit diesen grünen Stangen, die hin und her ging. Grün Stangen? Ja, wo man sich qualifizieren muss als Erster. Ah, okay, okay, okay. Ey, die Bots manchmal, ne? Ey, ich weiß nicht, was die hier spielen. Ich weiß nicht, wer die Bots erstellt hat in StumbleGuys. Bro. Die spielen, als ob sie zum ersten Mal ein Handy oder StumbleGuys spielen. So, Leute. Nach der Runde, nachdem Elias das zweite Mal dabei war, dann haben wir drei Abonnenten. Danach machen wir Customs. Und zwar könnt ihr alle mitmachen aus dem Stream. Das wird auch richtig, richtig geil gleich. Nein. Sag nicht, wir sind hier gegeneinander. Warte, welches Team? Welches Team? Blau. Ihr seid gelb. Ja, ich bin blau. Oh, Sah hier ist gelb. Ich bin blau. Okay, Leute. Einer von uns wird es leider nicht schaffen. Ich und Elias oder Sah hier. Einer muss leider raus, beziehungsweise eine oder zwei. Bisschen unfair für Sah hier, aber da können wir jetzt nichts machen, Leute. Alter, wie laut ist das, Junge? Sorry, Sah hier. Konnte ich jetzt nicht beeinflussen. Die größte Kack-Map. Ey, ich hasse die Map auch, ne? Ich verstehe nicht, warum ich hier nicht springen und nicht sliden kann. Ey! Ey, wir verlieren noch. Junge, Sah hier, Junge. Geh mal weg, Junge. Welchen Skin hat der? Äh, Ding, der ist, äh, was ist der nochmal? Sah hier, was hast du für Skin? Ich hab Mumie, Mumie. Ich weiß nicht, was er hat nochmal. Ey, wir verlieren das. Ich komm, ich komm, ich komm. Das kann nicht sein. 5 zu 5 steht's. Oh, da ist Sah hier. Er ist bei uns vorne drin. Ja, 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 ja. Okay, der ist weg. Ey, die Bots sind übel gut teilweise. Schmeid! Niko! Wir müssen Mitte da einnehmen bei uns. Nice. Ich geh ganz rechts, ich geh ganz rechts. Ich hab Sah hier. Nice. Das ist wichtig. Wir zwei gegen Sah hier. Der arme Sah hier, Leute. Aber egal, wir müssen es so machen. Ist so. Was würdest du machen? Genau neben mir. Oh, 6 zu 5. Nein. Bro, Mitte. Mitte. Komm, komm, Mitte einnehmen. Wichtig, Jungs. Ja, ja, ja. Er hat mich. Wichtiges Ding. Jetzt bloß nichts verlieren. Bloß nichts verlieren jetzt. Jawohl. Starkes Ding. Ah, ja. Es war unfair, Leute. Klar, aber Sah hier konnte leider nichts machen. Ah, schade. Es war halt unfair, Sah hier. Gib ich zu. Aber was würdest du machen? Das ist das Game. Aber ja, war ein bisschen unfair. Klar, Leute. Kann man nichts sagen. Okay, jetzt bin ich gegen Elias. Laser Tracer gegen Elias. Okay, du bist ja am Arsch, Elias. Dann verliere ich. Ey. Okay, Leute. Laser Tracer im Finale gegen Elias. Dreimal Custom Games gewonnen, wo wir letztes Mal gestreamt haben. Das wird jetzt ein enges Ding hier. Oh mein Gott. Kann ich die Bots rauswerfen? Ja, die Bots kannst du boxen. Ja, okay. Es sind alle tot. Nur noch wir zwei. Okay, 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 Leute. Geht's dir sonst gut, Elias? Alles gut, ja? Ja, ja. Und bei dir? Was ist dein Lieblingsfach in der Schule? Mathe. Mathe? Laber nicht. Doch, klar. Ja, der lässt sich nicht ablenken. Ich dachte, du lässt dich ablenken. Weißt du, dann machst du Fehler, dachte ich gerade. Oh mein Gott, was habe ich hier gerade gemacht? Junge, Junge, Junge. Ey, das wird so krass. Glaube ich. Digga. Sa, hier, helf mir, Digga. Du schaffst es, glaub mir. Ey, Junge. Hey, Junge. Wie lange lebst du? Wie lange lebst du, Digga? Nein! Nein! Digga, halt zum Maul. Wie hast du das geschafft, Digga? Aber du bist dann auch gestorben, ne? Ich grüße Hamza. Hamza, Digga. Ey, aber du bist dann auch gestorben gerade, ne? Ja, aber ich konnte ja nicht mehr springen, weil ich... Stimmt. Alter, Digga. Ey, dieser Eli ist so gut, Leute. GG. Du bist auch nochmal eine Runde dabei. Eine Runde machen wir noch. Junge, Junge, Junge war das gerade wild. Das regt mich so auf gerade. Jetzt muss ich gewinnen. Ey, das regt mich richtig auf. Warum? Ich mach dich jetzt kaputt, Digga. Okay. Das richtig Ding. Der hat gute Selbstbewusstsein. Ist gut. Okay, Leute. Ich hoffe halt nur nicht, dass im Finale so Dinger kommt oder so. Oder Teamspiel. Ja, Teamspiel hätte ich gar keinen Bock, weil dann ist Kacke für uns zwei. Und ich hätte keinen Bock aufs Leiden, auf diese Rutsche und so, weißt du? Das finde ich nicht schlimm. Echt? Aber stimmt, da bist du gar nicht so schlecht, ne? Aber ich bin da nicht so gut. Wir können alle Bots rauswerpen in der ersten Runde mit deinem Trick. Wie? Geh schon mal ins Ziel. Okay. Also geh da. Ja, was? Geh ins Ziel? Soll ich schon ins Ziel rein? Ja. Und du kannst zugucken. Du musst nicht rein. Ah, okay. Dass du dir alle runterfallen lässt, oder was? Wie heißt der andere, der nochmal drin ist? Ähm, Sahi ist draußen. Der ist mein Custom. Gerade hier. Ja, der ist grün. Jetzt halte ich selber. Stell dir vor, laber doch nicht. Ich geh lieber rein. Ja, ja, alles gut. Geh rein, geh rein. Pivot-Push, ne? Ja. Die Map kommt jedes Mal. Alter, die haben kurz die tausend Likes vollgehauen. Das geht bei euch, Junge. Krass. Kuss, kuss, kuss. Bitte gib uns ein gutes Finale, Stumbleguys. Ich muss den Elias Hobbs nehmen, Mann. Ja, ja. Cool, ich bin ja der... Ich hab kein Herz, sonst hätte ich dir auch ein Herz gegeben. Seit wann spielst du, Stumbleguys? Boah, das ist echt ein Jahr. Krass. Aber, gell, das ist jetzt so im Hype bisschen. Davor gar nicht? Ja. Ganz komisch, gell? Drei Mal spielen richtig viele. Ja, stimmt. Boah, Ehren, Mann. Er tut mich ins Ziel. Leute, Finale gegen Elias. Der Abonnentenzerstörer. Ja. Nein. Das Level meinst du, wo du gut bist, gell? Ja, ja. Oh mein Gott, Leute. Hier bin ich so schlecht. Egal. Let's go, komm. Ey, Digga. Digga, willst du mich verarschen, Junge? Digga, du bekommst genau die Map, Mann. Chill. Ey, chill mal kurz auf Ziel. Chill mal kurz. Ich will euch nicht gewinnen dazu. Nein, nein, Digga. Alles gut. Du hast gut gespielt. Du kennst halt die Map. Ah, so kann man nicht hoch. Ich wollte so probieren, gerade hochzugehen, Leute. Hier ist ein Board. Ich muss rein. Alles gut. Du hast gewonnen. Leute. Elias hat die Map rasiert, Digga. GG. Zweimal hat der Kleine gewonnen. Grüße an Biber noch. Hä? Grüße noch an Biber. An Biber? Ja. Okay, Grüße an Biber und davor war es Hamza. Also, Leute, das war's mit der kleinen Custom-1-gegen-1-Runde hier.